hallo und herzlich willkommen zum neuen unboxing video von attest.net wie ihr schon gesehen habt habe ich mal erneuert was von raffware mitgebracht nämlich den full day hiking rucksack und ihr seht kann man diesen ganz einfach mit mit der klick verbindung hier mit dem schnall an euren hund anbringen ganz cool gehalten in orange eine schön auffällige farbe hier befindet sich noch mal so ein häkchen für die hundeleine und macht auf jeden fall super eindruck ist auch ganz wichtig ist und was mir gefällt dass hier noch mal alles gepolstert ist ja mit diesem hundeboxack scheint der hund auch ganz schön verwöhnt zu sein hier an der seite kann man auf jeden fall hundefutter oder ein paar knochen verstauen und ich höre jetzt gerade mal hier hundebellen vor der flur und das ist ein zeichen dass das produkt jetzt in die testabteilung kommt und für weitere ergebnisse details und informationen besucht einfach mal test.net oder abonniert unseren kanal in dem sinne bis zum nächsten mal tschüss